yo servus leute seite herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren heute auf paradies von safir jesus ist am start leute ich habe jetzt kein musik video gesehen wir haben gerade 0 uhr 50 vielleicht kommt das musik video ein bisschen später vielleicht kommt auch gar keins wir wissen es nicht auf jeden fall ich hätte auch wissen können wenn ich einfach auf instagram geguckt hätte egal wir reagieren jetzt auf jeden fall auf den song geht natürlich ganz kurz in die infobox rein zack paradies jesus bones mc hier noch deren echten name am start zack zack bones ok kommentare sind hier deaktiviert wir haben schon auf alle 471 und meadow reagiert auf pa sports und kapital reagiert als nächstes nehmen wir die 187 straßenbande damit ihr auf jeden fall bescheid wisst ich muss hier auf jeden fall früher pausieren weil ist sehr sehr kritisch bei den jungs wird schnell gesperrt zack 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 auf ich habe alles was du brauchst direkt schon mal pluspunkt wirklich direkt schon mal junge sekunde 1 und du hörst ihn direkt du hörst direkt den ersten künstler ich hasse lange intros ich hasse lange biet abgespiele hier fühle ich einfach nur geil nice okay boah der beat ne steht das hier irgendwo mit dem beat nein leider nicht okay doch ich bin so dumm steht doch hier producer jam jam beats de crates ich wusste de crates muss dabei sein devo ok ok hey hammer beat ne oh ey das ding ist was ich gerade sagen wollte der 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 beat hat so einfach so ein 187 beat komisch zu sagen aber die haben irgendwie ihren eigenen beat geschmack für die 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 jungs pumpen die verstehen vielleicht was ich meine und es passt einfach so gut zu deren tief tief gelegten stimmen nicer sound ab stoff im sonder liegen wir sind grundverschieden jeden tag am sand sag ich bin jung geblieben 600 watt lampen blütephase tüff geprüfter oh junge ich darf gar nicht ich muss leider sehr früh immer pause drücken sorry sorry dafür aber ich kann da nichts ändern ihr wisst das deswegen das cover digger ganz okay entspannt mit einer shisha okay ja auch noch entspannt aber das bruder mit diesen hausschuhen das ist ja mal ganz andere liga digger okay tüff geprüfter hase 1er güte klasse schaffe waffe bin versichert bei der übergabe tüten stapeln auf der küchen warte sitz in bens rollein auf sitz in bens rollein auf okay das ist die hook das ist jetzt kommt auf jeden fall wieder die hook dann war das der part von safir bin ich mal gespannt wie es weiter geht okay warte gehen wir noch mal ein stück zurück aber ich muss sagen war ein nicer part kann man sich sehr sehr gut geben war 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 abgeliefert war abgeliefert nichts was ich irgendwie schlecht fand ich gucke mir gerade das cover so an aber leider können wir nicht so viel über ein video reden ne aggressiv kiez paradies diese diese reinkette die gefällt mir richtig gut weil die irgendwie der reim der wird so nice betont man der wird so nice betont von ihm finde ich geil dass sie sich so dachten okay safir hat jetzt die hook gemacht aber das einfach jesus reinkommt und auch noch mal die hook macht die sich quasi abwechseln digger ist was er selten ist im deutschrap aber finde ich geil finde ich finde ich finde es nice ich dachte jetzt kommt direkt der nächste part aber jesus macht hier noch mal die hook fick lizenzen scheiß auf konsequenzen gefällt mir gefällt mir gut also bis jetzt muss ich sagen gefällt mir gut was mir nicht so gefällt ist das ständige pausieren aber da müssen wir durch da müssen wir durch so beliebt mein wagen liegt so tief dass sie blasen auf den knien und und sie sagen ich bin street das ist der wunderbar mit kokos duft das ist mein leben zwischen drogensucht und drogenfrucht vor der 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 flow wechsel gerade war so nice so ein stabiler flow weil er gerade so eine aufzählung da macht das hat gerade so gut gerade gepasst hat gerade richtig gut gepasst Ich weiß nicht ob das okay ist für euch manchmal bin ich so leise und der sound so laut Was ist der reim auf super talent Super talent Fußballer Fan Du mich nicht kennst es so als ob du tobac nicht kennst Ohohohoho Stark Krasser krasser reib hat mir gerade gut gefallen Gold geh je fremd dafür kriegst sie ein geschenk Soll sie gehen wenn es dir nicht passt 187 bis die gang Boah das hat das war gerade geil wo alle zusammen 187 bis die gang rufen Boah das ist für mich ich wünsche mir gerade wieder was mega mega aggressives weil guck mal die hook Entspannt ne ist eine entspannte hook aber ich habe wieder so bock auf Auf komplettes rumgeballer von denen das wird mir jetzt gerade wieder so power geben mit deren stimmen auch noch der gab Boah das würde jetzt gerade richtig richtig gut tun klar muss auch immer ab und zu sowas kommen Als wechsel aber ich fühle die jungs komplett aggressiv Das für platz bin aktiv diese stelle ist irgendwie für mich so ein ohrwurm ne ich will man will das irgendwie direkt auswendig können Und direkt mit rappen man hat bock bei der hook irgendwie mit zu rappen alter Fehlt nur noch einer fehlt nur noch einer Okay bei uns kommt auf jeden fall ein bisschen schneller in den part rein so Ich geh nochmal ein stück zurück leute ich geh weil manchmal sagt ihr mir auch pausier wenn du pausierst dann geh nochmal ein stück zurück damit Damit wir damit die line nicht verpasst manchmal vergesse ich manchmal achte ich drauf Du bist gestresst dann machen wir action ich hänge mit menschen die machen keinen spaß Vollautomat das magazin ist so externe von hier bis zum mars Oh das darf drücke den best Hau auf ihren arsch keine picke sie kletzt auf die chance Boah Was war das gerade hier für ein flow von ihm alter Mega nice die aufzählung die er da gerade genannt hat Sehr schöner flow wechsel gerade von bones Vor vor Tresor Das ich mag das auch wie die reime hier betont werden Wie sie ausgesprochen werden auch ist schon nice ist schon geiler track jetzt mal ehrlich Hat mir sehr sehr gut gefallen Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste welchen part ich am besten fand Schwer ich ach komm einfach alle drei abgeliefert kann man sagen Okay bones ne Sein part war schon Sein part war schon stark Sein part war schon krass gut Vor allem auch hier die 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 längeren reimketten von ihm Okay ich denke mal dass das jetzt sein part war und jetzt nochmal die hook zum schluss Reinkommt Papa Aggressiv tasche fließt bin aktiv Tasche fließt was nein nicht tasche fließt Ich bin auch komplett lost ich hör den die lines zwei sekunden zuvor und sagt einfach eine ganz ganz andere line Ist schon zu spät geworden für mich ich sollte mal lieber aufhören nein Abgeliefert im großen und ganzen ich hoffe euch hat das video gefallen ich will es nicht zu lange halten Lasst gerne einen daumen nach oben da Abonniert den kanal machts gut haut rein und ciao Abonniert den kanal machts gut So so